Nachdenkseiten Die kritische Website Bundesregierung erklärt Zahlungen an Journalisten von ARD, ZDF und Deutsche Welle zur geheimen Verschlusssache. Von Florian Warwick Anfang März 2023 war zunächst bekannt geworden, dass die Bundesregierung in den letzten Jahren rund 1,5 Millionen Euro an ca. 200 Journalisten, mehrheitlich bei ARD und ZDF beschäftigt, für diverse Aufträge wie beispielsweise Moderation oder Konzepterstellung gezahlt hatte. Kanzleramt und Ministerien räumten zwar die Zahlungen ein, hielten aber bisher die Namen der Journalisten mit Verweis auf Datenschutz anonymisiert. Diese Namen liegen jetzt den Nachdenkseiten vor. Aus den neuen Antworten der Bundesregierung wird zudem ersichtlich, dass die Zahlungen an Journalisten signifikant höher ausfielen als bisher bekannt. Insgesamt ließ die Bundesregierung von 2018 bis 2022 über 2,3 Millionen Euro an ausgewählte Journalisten überweisen. Darunter auch die Ehefrau von Agrarminister Kem Özdemir, der Deutsche Welle-Journalistin Pia Castro. Pikant, die Höhe der Zahlung an sie wird als VS-vertraulich eingestuft. Ein Schritt, der eigentlich nur erfolgt, wenn es dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland abträglich sein könnte. Zitat Welche vergüteten Aufträge, Honorare oder sonstige Zahlungen etwa für Moderation, Präsentation, Beratung, Expertisen, Interviews, Rhetorik oder Sprachtraining und so weiter sind in den letzten fünf Jahren von der Bundesregierung an freie, festangestellte, neben- und hauptberufliche Journalisten von ARD, ZDF, Deutschlandradio und Deutsche Welle ergangen. Bitte aufschlüsseln nach genauem Datum, Tag, Monat, Jahr, Bundesministerium oder Bundesbehörde, Art des Auftrags, Nametitel oder Bezeichnung der vergüteten Veranstaltung bzw. Leistung, vollständigem Namen des Journalisten, Vor- und Nachname, Sender des Journalisten und Höhe der jeweiligen Zahlung in Brutto. Zitat Ende So lautet die erste von insgesamt 25 Fragen in der auf den 30. März 2023 datierten und erst nach zwei Monaten beantworteten kleinen Anfrage der AfD-Fraktion unter dem Titel Anonymisierung der Zahlungen von Bundesministerien an Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und privatrechtlicher Medien, Bundesdrucksache 20-6256 Die zweite Frage ist inhaltlich identisch, zielt aber auf Journalisten von privatrechtlich organisierten Medien ab. Die Antwort der Bundesregierung im besten Behördendeutsch auf die ersten zwei Fragen lautet Als Ergebnis der in der Vorbemerkung dargelegten Abwägung erfolgt die Beantwortung der Fragen 1 und 2 wie folgt Soweit die Abwägung im Einzelfall ergibt, dass eine öffentliche Beantwortung gerechtfertigt ist, insbesondere sofern eine Einwilligung der betreffenden Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer zur öffentlichen Beantwortung vorliegt, wird hinsichtlich der offenen, nicht vertraulich eingestuften Angaben zur Frage 1 auf die Darstellung in der Anlage 1 und die für die Beantwortung der Frage 2 auf die Darstellung in der Anlage 2 verwiesen. In den übrigen Fällen wird mit dem Ziel, dem parlamentarischen Informationsinteresse unter gleichzeitiger Wahrung der involvierten Vertraulichkeitsinteressen entsprechen zu können, die Antwort zu den Fragen 1 und 2 als Verschlusssache mit dem VS-Grad VS vertraulich eingestuft. Die eingestufte Antwort wird hinsichtlich der Frage 1 als Anlage 3 und hinsichtlich Frage 2 als Anlage 4 an die Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages übermittelt. Zitat Ende. Runtergebrochen auf eine etwas verständlichere Sprache heißt dies, die Bundesregierung macht jetzt zwar einerseits nach Monaten der Verweigerungshaltung die Namen der von ihr bezahlten Journalisten öffentlich, andererseits werden die konkreten Höhen der Zahlungen nur bekannt gemacht, wenn die jeweiligen Journalisten dem zustimmen. Die in der Antwort genannten Anlagen unterscheiden sich wie folgt. Anlage 1 und 2 enthalten Namen und Bezüge der Journalisten, die sich mit der Veröffentlichung ihrer Vergütung einverstanden erklärt haben. Anlagen 3 und 4 sowie 7 und 8 hingegen sind nur in der Geheimschutzstelle des Bundestages zugänglich. Sie sind als VS-Vertraulich eingestuft. In der verlinkten Geheimschutzordnung des Deutschen Bundestages wird die Einstufung als VS-Vertraulich wie folgt definiert. Als VS-Vertraulich eingestuft werden VS, deren Kenntnis durch Unbefugte den Interessen oder dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder abträglich oder für einen fremden Staat von Vorteil sein könnte. Zahlungen des Auswärtigen Amts an Journalisten als Staatsgeheimnis Im Falle der bereits erwähnten Deutschen Welle-Journalistin und Ehefrau des Grünen-Ministers Cem Özdemir, Pia Castro, sieht das in der Auflistung dann so aus. Auszug dieser Auflistung, Zitat Bundesbehörde, meistens BMZ, aber auch Auswärtiges Amt und andere Datum, Art des Auftrags, hauptsächlich Moderation Journalist, Blanka Weber, Georg Bruder, Julia Eickmann, Jan Jakob Los, Marianne Evenstein, Pia Castro und andere Sender MDR, SWR, Deutschlandradio, WDR und andere Höhe der Zahlungen 690 Euro 3612 Euro 15.470 Euro 6.800 Euro 11.550 Euro und so weiter Zitat Ende Wir halten zunächst fest, die Gattin eines Grünen-Ministers arbeitet für ein Medium, welches direkt der Grünen-Politikerin Claudia Roth in ihrer Funktion als Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien unterstellt ist und erhält Zahlungen vom Auswärtigen Amt, welches ebenfalls von einer Grünen-Politikerin Annalena Baerbock geführt wird. Diese Zahlungen scheinen dem Anschein nach so hoch auszufallen, dass dies als Staatsgeheimnis bewertet und entsprechend als vertrauliche Verschlusssache eingestuft wird. Ein Bekanntwerden wäre der offiziellen Definition dieses Geheimhaltungsgrads folgend dem Ansehen der Bundesrepublik abträglich. Doch nicht nur die Zahlung des Auswärtigen Amtes an Pia Castro wird entsprechend als Staatsgeheimnis bewertet. Aus den Auflistungen geht hervor, dass ausnahmslos alle Zahlungen des Auswärtigen Amts an Journalisten als VS vertraulich eingestuft wurden. So etwa an den Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni, die für ARD und ZDF tätige Fernsehjournalistin Düsentekal, Nina Poppel vom SWR und auch im Falle von Journalisten von Spiegel und Zeit. Bei keinem anderen Ministerium lässt sich der den Nachdenkseiten vorliegenden Aufzählung nach ein ähnlich umfassendes Verschweigen der jeweiligen Zahlungshöhen feststellen. In diesem Zusammenhang ist noch relevant anzumerken, dass sich das Auswärtige Amt bei der ersten Anfrage Drucksache 20-4433 im Februar 2023 zu Zahlungen an Journalisten als eines von ganz wenigen Ministerien zunächst einer Beantwortung komplett entzogen hatte und damit vorgab, dass aus dem Auswärtigen Amt keinerlei Zahlungen an Journalisten erfolgt wären. Es waren die Nachdenkseiten, die als erste in einem verlinkten Artikel vom 8. März auf diesen Umstand aufmerksam machten und Belege anführten, dass das Auswärtige Amt sehr wohl im fraglichen Zeitraum nachweislich Journalisten für Moderationsdienste bezahlt hatte. Offensichtliche Ungereimtheiten bei der VS-Einstufung Wie wenig glaubhaft und widersprüchlich in diesem Zusammenhang die Einstufung als VS vertraulich ist, ergibt sich insbesondere aus der Antwort der Bundesregierung auf die Frage 14 der Kleinen Anfrage zu bezahlten Tätigkeiten von Journalisten für den Bundesnachrichtendienst BND. Diese Informationen zur Zusammenarbeit von Journalisten mit dem BND, unter anderem Klarnamen und Zahlungshöhe, wurden von der Bundesregierung einer niedrigeren Geheimhaltungsstufe VS nur für den Dienstgebrauch zugeordnet als die Informationen zu Zahlungen von Bundesministerien, insbesondere dem Auswärtigen Amt an Journalisten. Zitat Frage 14 Welche Honorarzahlungen hat der BND in den in den Fragen 1 bis 5 spezifizierten Bereichen an Journalisten vorgenommen? Vergleiche Vorbemerkung Antwort zu Frage 14 Vor dem Hintergrund der jüngsten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat der Bundesnachrichtendienst seine Abwägungsentscheidung zur Verweigerung überprüft und kommt in diesem speziellen Einzelfall zu dem Ergebnis, dass eine Übermittlung der Antwort in eingestufter Form geboten ist. Daher erfolgt die Einstufung der Antwort auf die Frage als Verschlusssache VS mit dem Geheimhaltungsgrad VS nur für den Dienstgebrauch. Zitat Ende Zum besseren Verständnis anbei ein Überblick über die vier Geheimhaltungsstufen und deren jeweilige offizielle Definition. Erstens Als streng geheim eingestuft werden VS, deren Kenntnis durch Unbefugte den Bestand der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder gefährden würde. Zweitens Als geheim eingestuft werden VS, deren Kenntnis durch Unbefugte die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder gefährden, ihren Interessen oder ihrem Ansehen schweren Schaden zufügen oder für einen fremden Staat von großem Vorteil sein würde. Drittens Als VS vertraulich eingestuft werden VS, deren Kenntnis durch Unbefugte den Interessen oder dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder abträglich oder für einen fremden Staat von Vorteil sein könnte. Viertens VS, die nicht unter Geheimhaltungsgrade streng geheim, geheim oder VS vertraulich fallen, aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, erhalten den Geheimhaltungsgrad VS nur für den Dienstgebrauch. Das führt zu der Frage, aus welchen Motiven heraus die Bundesregierung wirklich alle noch halbwegs legalen Taschenspielertricks anwendet, erst Nicht-Auflistung, dann Verschleppung und schlussendlich VS-Einstufung, um zumindest teilweise die Veröffentlichung der Höhe der Zahlungen von Ministerien und Bundesbehörden an Journalisten, vor allem des beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sowie des mit Steuermitteln finanzierten deutschen Auslandssenders DW, Deutsche Welle, zu verhindern. Kein Problembewusstsein bei der Bundesregierung Ein Problembewusstsein angesichts der Zahlungen von über 2,3 Millionen Euro an ausgewählte Journalisten scheint es bei der Bundesregierung bis heute nicht zu geben. So antwortete diese auf die Frage 6 in der Anfrage, wie die Bundesregierung ihre Darstellung begründe, dass die dokumentierte Auftragspraxis durch Bundesministerien oder Bundesbehörden nicht in Konflikt mit der Bedeutung journalistischer Arbeit als Kontrollinstanz staatlichen Handelns oder mit dem Prinzip der Staatsferne des Rundfunks stünde, Bundestagsdrucksache 20-58-22 wie folgt. Bei der Beauftragung der regelmäßig freiberuflichen Leistungen werden eine strikte Trennung der Tätigkeiten und das Gebot der Staatsferne des Rundfunks beachtet. Eine staatliche Einflussnahme auf die journalistische Arbeit der beauftragten Personen ist hierdurch ausgeschlossen. Die Rundfunk- und Pressefreiheit sind gewährleistet, insbesondere die Unabhängigkeit der Berichterstattung, die rundfunkrechtliche Programmfreiheit und die presserechtliche Gestaltungsfreiheit. Zitat Ende. Auch die Fragen, ob diese nachgewiesenen Regierungszahlungen an Journalisten teilweise in Höhe mehrerer durchschnittlicher Monatsgehälter nicht einen Verstoß gegen Bestimmungen des Medienstaatsvertrags und den Pressekodex darstellen, beantwortet die Bundesregierung ohne Einschränkung mit Nein. Zitat Frage 8. Teilt die Bundesregierung die Einschätzung der Fragesteller, dass ihre Auftrags- und Vergütungspraxis gegenüber Journalisten einen Verstoß gegen den Deutschen Pressekodex darstellt? Und wenn nein, warum nicht? Antwort zu Frage 8. Nein. Der Pressekodex verbietet Journalistinnen und Journalisten nicht neben der publizistischen Tätigkeit andere Tätigkeiten auszuüben. Er verlangt lediglich eine strikte Trennung der Funktionen bzw. Tätigkeiten, siehe Richtlinien 6.1 des Pressekodex. Ergänzend wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen. Frage 9. Teilt die Bundesregierung die Einschätzung der Fragesteller, dass ihre Auftrags- und Vergütungspraxis gegenüber Journalisten einen Verstoß gegen Bestimmungen des Medienstaatsvertrags darstellt? Und wenn nein, warum nicht? Nein. Der in der Vorbemerkung der Fragesteller in Bezug genommene § 6 Absatz 1 Medienstaatsvertrag richtet sich an private und öffentliche Rundfunkveranstalter und deren Rundfunkprogramm. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen. Zitat Ende. Doch diese Einschätzung widerspricht unter anderem der Verfassungsrechtler und ehemalige Co-Vorsitzende der Gemeinsamen Verfassungskommission GVK, Prof. Dr. Rupert Scholz. Er bewertet die bezahlten Nebentätigkeiten von Journalisten für Regierungsstellen als hochproblematisch und spricht gar von ein Stück Korrumpierung. Zitat. Der Vorgang ist hochproblematisch. Die Pressefreiheit ist verfassungsrechtlich notwendigerweise durch Unabhängigkeit von jeglichen staatlichen Organen und mögliche Einflussnahme staatlicher Stellen gekennzeichnet. Wenn Pressevertreter Honorare von Ministerien oder Kanzleramte erhalten, ist das ein Stück Korrumpierung dessen, was man die vierte Gewalt nennt. Von Staatsferne und unabhängiger kritischer Kontrolle politischen Handelns kann unter diesen Umständen keine Rede sein. Zitat Ende. Der medienpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Martin E. Renner erklärte in einer Pressemitteilung, dass die Bundesregierung offensichtlich mit wirklich allen Mitteln versuche, sich der Herstellung von Transparenz bezüglich ihrer Geschäftsbeziehungen zu Journalisten zu verweigern und warf dieser vor, sich prominente Spitzenkräfte aus dem Bereich der Medien durch üppig honorierte Geschäftsbeziehungen dauerhaft gewogen zu halten. Er kündigte in diesem Zusammenhang zudem die Prüfung umfassender juristischer Schritte an. Der aktuelle Umgang der amtierenden Bundesregierung mit dieser hochsensiblen Thematik spricht Bände über deren Selbstverständnis und den scheinbar völlig fehlenden politischen Weitblick für die gesellschaftlichen Konsequenzen dieses Vorgehens. Ähnlich bezeichnend ist es, dass in dieser Legislaturperiode sich nur die AfD dieser Thematik mit parlamentarischen Initiativen widmet. Man sollte eigentlich annehmen, dass Millionen Zahlungen an Journalisten durch die Exekutive eine Vorlage für alle Oppositionsparteien im Bundestag darstellen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.